Herzlich Willkommen zu der heutigen Ausgabe des Wirtschaftsmagazins. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Hwang. Obwohl die südtaivanische Stadt Gauchung den größten Hafen Taiwans und einen der größten Hafen der Welt besitzt, wurde die Stadt lange als ein stinkendes Schmutzloch betrachtet, aus dem man wegziehen sollte, wenn man kann und das man ansonsten vermeiden sollte. Auch bei mir hinterließ Gauchung bei meinem ersten Besuch dort, noch als ich ein kleiner Junge war, keinen besonders positiven Eindruck. Über der Stadt lag ein Gestank, bei dem mal der Fisch und mal der Fabrikanteil überwiegte. Inzwischen hat sich aber tatsächlich einiges getan und die Stadt versucht ihr Image zu verbessern. Einmal um junge Menschen zu halten oder dazu zu bringen nach Gauchung zurückzuziehen und zum anderen um Touristen nach Gauchung zu bringen. Um die Veränderung dieser Stadt soll es anhand ihrer industriellen Entwicklung im heutigen Wirtschaftsmagazin gehen. Wie konnte Gauchung gegen Tainan verlieren? Wann ist das passiert? In dem Moment, als TSMC in den Southern Taiwan Science Park einzog. Der obige Austausch erschien letztes Jahr auf einem Message Board. Netizens beklagten sich, ohne TSMC sind alle Talente nach Tainan abgewandert. Die China Steel Corporation, unser ganzer Stolz, ist im Niedergang begriffen. Im Gauchung Software Park und im Gauchung Science Park gibt es kein einziges Technologieunternehmen, das gut bezahlt und selbst die Immobilienpreise in Tainan holen gegenüber Gauchung auf. Doch ein Unternehmen ist ein Beispiel für die sich verändernde Situation, wie Gauchung hofft. Advanced Semiconductor Engineering, kurz ASI, das zweitgrößte Halbleiterunternehmen Taiwans. Sein Hauptsitz befindet sich im Nange Technology Industrial Park in Gauchung. ASI beschäftigt allein in Gauchung 25.000 Menschen und ist damit der größte Arbeitgeber der Stadt. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete das Unternehmen über 27,5 Milliarden Taiwan Dollar, umgerechnet etwa 800 Millionen Euro. Aber die Hälfte der Beschäftigten sind Arbeiter im Fließband. Laut einem Bericht von ASI aus dem Jahr 2020 machen die Techniker im Fließband 53 Prozent der Belegschaft aus. Die arbeitsintensive Mitarbeiterstruktur spiegelt sich in den Gehaltsabrechnungen wieder. Nach Angaben des Market Observation Post System beträgt das durchschnittlich Jahresgehalt der nichtleitenden Angestellten bei TSMC 2,37 Millionen Taiwan Dollar, umgerechnet etwa 70.000 Euro. Bei ASI sind es 0,8 Millionen Taiwan Dollar, etwa ein Drittel von TSMC. Und dennoch ist dies bereits eine Verbesserung um 7 Prozent gegenüber dem, was ASI vor zwei Jahren zahlte. Diese, wenn auch kleine Lohnsteigerung ist bemerkenswert in Gauchung, wo Lohnstagnation nichts Neues ist. Es zeigt, dass ASI und der Nange Park im Allgemeinen bereit sind für eine transformative Aufwertung. Chiu Xil Cheng, 37, ist ein Leitner Ingenieur in der Abteilung für Automatisierungsintegration bei ASI. Er gibt offen zu, dass das Unternehmen den Ruf hatte, dass die Gehälter nicht steigen, als er vor zehn Jahren bei ASI anfing. Chiu hat seinen Abschluss an der Abteilung für Informationsmanagement der Southern Taiwan University of Science and Technology gemacht, die heute in CTBC Business School umbenannt wurde. Er begann bei ASI als Ingenieur auf Einstiegsebene und verdiente gerade einmal 20.000 Taiwan Dollar im Monat. Umgerechnet nicht einmal 600 Euro. Schließlich erwarb er seinen Masterabschluss an der Fakultät für Elektrotechnik der Nationalen Universität Gauchung, gerade rechtzeitig für das schnelle Wachstum von ASI. Der fortschrittliche Feuchtigungsprozess von ASI expandierte schnell. Chiu half bei der Einführung von Robotern und dem Internet der Dinge in den intelligenten Fabriken von ASI. Im Gegenzug stieg er nicht nur in der Hierarchie auf, sondern auch sein Gehalt erhöhte sich exponentiell. Casey Joe, Senior Vice President bei ASI sagt, dass ASI seine 18. intelligente Fabrik bis Ende dieses Jahres fertigstellen wird. Weitere sieben werden nächstes Jahr gebaut, sodass insgesamt 25 intelligente Fabriken entstehen werden. Zusammen werden sie Nanja in einen echten Hightech-Park verwandeln. Joe, der seit 28 Jahren bei ASI tätig ist, erzählte im Commonwealth-Magazin, wie er einmal von einem Taxifahrer angesprochen wurde, der den Plan von ASI, menschliche Arbeitskräfte durch intelligente Fabriken zu ersetzen, skeptisch gegenüberstand. Ich fragte ihn, was er sich für sein Kind nach dem Universitätsabschluss wünsche. Einen Arbeiter am Fließband oder einen Ingenieur? Er fuhr fort und erklärte dem Fahrer, wir helfen ihren Kindern, sich auf die Zukunft vorzubereiten. Wir fördern die Hightech-Talente von morgen. Während das veraltete Bild von Fabriken mit menschlichen Arbeitern verblasst und sich in die robotergesteuerten, vollautomatischen, intelligenten Fabriken der Zukunft verwandelt, erlebt Gauchung auch einen Aufschwung an neureichen Technikbegeisterten. Joe arbeitet nun in den Glastürmen K21 bis K24 von ASI. Vor zehn Jahren befanden sich an diesem Standort noch Kunststoffwerke, in denen Fernseher- und Radiogehäuse hergestellt wurden. Jetzt ist die Einrichtung vergleichbar mit den gemütlichen Büros im Shenzhou Science Park. Es gibt sogar Spielräume mit Xbox und Playstation 5 Konsolen sowie einen Fitnessraum. Das Unternehmen fühlt sich nicht mehr wie eine Fabrik an, sagte Joe. 40.000 Menschen arbeiten im Nanjipark, 60% von ihnen sind ASI-Mitarbeiter. ASI hat auch 90% des neu errichteten Nanjipark Phase 2 gemietet. Mit ASI an der Spitze hat es einen Clustereffekt zwischen den Montage- und Testsegmenten der IC-Industrie im Park gegeben. Mehr Investitionen führen zu schnelleren Wachstum, sagte der stellvertretende Generaldirektor der Export-Processing Zone Administration, Leo Qichyuan. Der Nanjipark Technology Industrial Park erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Gesamtumsatz von 210,8 Milliarden Taiwan-Dollar, 41% mehr als vor einem Jahrzehnt. In den vergangenen zehn Jahren hat ASI in Gauchung insgesamt 73,6 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 2 Milliarden Euro in den Ausbau seiner Produktionsanlagen investiert. Darüber hinaus hat Tian Wu, Chief Operating Officer der ASI Technology Holdings, gesagt, dass ASI weitere 8.600 Arbeiter einstellen wird, um die neu geplante Phase 3 zu entwickeln. Im Jahr 2018 investierte die Technologiebranche insgesamt 40 Milliarden Taiwan-Dollar in Gauchung und übertraf damit zum ersten Mal die Petrochemie- und Stahlindustrie und wurde zur Lokomotive des Wirtschaftswachstums von Gauchung. Die Expansion, die Umgestaltung und die Investitionen von ASI in die IC-Montage und Tests haben auch zu einem grundlegenden Wandel innerhalb des Hightech-Clusters von Gauchung geführt. Im Umfeld von ASI ist eine Gruppe von besonders qualifizierten, hoch profitablen Partnerunternehmen entstanden. Ein Beispiel ist das börsennotierte Unternehmen All-Ring Tech, das im Lujo Science Park in Gauchung ansässig ist. Wir arbeiten schon seit langem mit ASI zusammen. Wenn ASI automatisierte Anlagen benötigt, kommen sie vor allen anderen zu uns, sagte der ART-Vorsitzende Larry Liu. Er begann seine Karriere in Nunches erste Montage- und Testwerk, Philips Electronic Building Element Industries. Liu hat mit ASI zusammengearbeitet, um Geräte zur Prüfung von Zinn-Kugeln und zur Prüfung der Haltfestigkeit von Halbleitern zu entwickeln. Apple verwendet diese Technologie für die Fingerabdruckscanships in seinen iPhones. 70% der Mitarbeiter von All-Ring Tech sind in der Forschung und Entwicklung tätig. Die gestiegene Nachfrage nach Ingenieuren der Forschung und Entwicklung hat talentierte Arbeitskräfte zur Rückkehr nach Gauchung veranlasst. Chen Guan-Jung, ein Ingenieur bei den börsennotierten Anbieter von IC-Testschnittstellen Winway, ist ein gutes Beispiel dafür. Chen wurde im Fongshan-Distrikt von Gauchung geboren. Seinen Master machte er an der Abteilung für Elektrotechnik der National Taiwan Ocean University. Als Kind beobachtete er, wie Arbeiter tagsüber in der Industriezone umherliefen und er wurde Zeuge, wie sie mitten in der Nacht illegal Abwässer abließen. Es lag immer ein fauliger Gestank in der Luft, sagte er. Ich wollte nie wiederkommen, hob er hervor. Die Umweltverschmutzung und die Armut waren die Hauptgründe dafür. Nach seinem Abschluss entwickelte Chen Antennen für ein Internet- und Kommunikationsunternehmen im Wissenschaftspark von Xinjou. Mit der Zeit hörte er, dass die IC-Montage- und Testindustrie in Gauchung ein Comeback erlebe. Man brauchte Elektronik-Ingenieure und so beschloss er, nach Hause zurückzukehren. Winway befindet sich in Nanjil Phase 2, direkt gegenüber dem ASI-Werk, das IC-Sonden und IC-Tester herstellt. Der Vorsitzende, Mark Wang, arbeitete zehn Jahre lang bei ASI und gründete 2001 sein eigenes Unternehmen. Stolz erzählt Chen, dass Xinjou früher als Inbegriff der Technologie galt, während Gauchung nur ein Industriegebiet war. Dieses Bild hat sich nun langsam gewandelt. Die Expansion von ASI